ARD Text im Auftrag von Funk Was ist hier nur passiert? Na, hier in der Studenten-WG. Werkzeugkissen ist Elektrik. Ja, du musst doch mit der Treasure-Cover-Nara reden, Alter. Ja, du musst doch mit der Look, Tisha. Your dad. Do you trust him? Why'd you say that? He's not being straight with me. Just something feels off. Yeah, join the club. And this barefoot woman, completely doula, came at me out of nowhere and tried to kill me. Nothing's felt quite right ever since. Then, just now, I walk into your dad's office and bam, there she is, arguing with him. Name's Conrad? Auntie Lola? Why would she be here? Your auntie is waltzing through this nightmare like it's just any other day. That's pretty crazy, even for her. Sounds like we could both use some answers. Let's head back to the hotel, yeah? Not happening. You have a better plan? Okay. God, hold up. Hold up. Look, we both want to know what's going on with that, right? I give you a direct line to Lola. Can you give me more time to investigate? Keep talking. Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the serving, CDC HQ and the band game building. It might pull us off from what Dad's been stuck in. Mm-hmm. And the direct line to Conrad? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store, and you say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. OSK? We're just, you're not telling me she's that Conrad. Yeah, and if she's involved, it's something wild. I'm down for wild. But we share our findings, yeah? Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Hey! Hey, you don't need to say it. Hey, you're not saying it. Hey, you're also turned around, right? Hey, yeah. We just stood there, just like a stupid asshole. We were not able to get out of it and we couldn't say it. What the fuck? The pipes? Yeah. Das ist von der Tische, Alter. So ein Bogen ist auch nicht schlecht, der einer im Spiel. Ja, aber leider gibt es keinen. Oh, dein Kopf wäre weg. Nee. Nur mal so, by the way. Können wir eigentlich durchs Window? Ja, schau mal, wir können schon durchs Window durch. Ja, dann müssen wir schauen. Oder doch nicht durchs Window. Wie es hier angehört, der Gokker, so blöd aufs Maul gefallen wäre. Sau lustig. Er ist nicht durchgekommen. Sau lustig. Kaffee-Angestellte, Alter. Also das Schwert finde ich ja total miserabel, den zwei Händen, den du jetzt hast. Der ist echt schlecht. Im Spiel ist das die schlechteste Waffe überhaupt. Boah. Kannst du das wagen. Als wenn es jetzt das zweischneidige Schwert wäre. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Okay. die eine schlüsselkarte so eine schlüsselkarte für den serverraum ok henry ich mache jagd auf henry der hat gar nichts getan schlechte karte was kann jetzt reiß sie ein stück und reiß aber wenn man erhalten angriff mit einer großen schutzschrank allerdings wird er durch zusätzlich reißer aufgebot gott das ist eine horde die du möchtest das ist eine horde das ist ja schwuler ich dachte das wäre so ein handyladen die ich bin doch da warum soll ich das ist 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 und so vibrieren, so Ich hinde Ich bin so kaputt im Kopf Nutze die geschickte Bilddatei, bla 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 Jaaa Alter, mach mal die Seite Bilddach, was für eine Bild, achso Einmal das Tumblr-Stück Aufzeichnung ist äh Aufzeichnung Da Was für eine Bilddatei Der Anfang Einmal Ah Randgate Gebäude Serviceeingang 7 Da sind wir schon fast da Naja Man müsste Ah ja genau da vor uns Ja So eine Garage Vor uns Einfach komplett geradeaus hoch Ah genau Ah Ah Jetzt Hey Tisha Ich bin außerhalb der Randgäste Any chance, dass du den Loden-Base 7 öffnest? Natürlich kann Bis zum nächsten Mal in der Bildung Ich bin auf meinem Weg Ich weiß, dass wir herausfinden Wir sehen uns da Oh, ich fühle mich zu sehen Ich fühle mich zu sehen Ich höre immer noch schon weit Halt deine Maul Ich öffne dich Ich höre immer noch nicht Aufmerksamkeit Diebesturm Tausender Oh, ich hab neun Überlebender Ding freigestellt Schau, was kann die Karte? Bringen sie zum Zittern Spurschlag Entziehen dir Gesundheit Triple locked Too tempting to resist Time to blow the lid off this We Jesus Some folk have vacation homes Others have vacation labs Oh, Beck Noah So much for a cure Fellas Freud That was the close eye next And another one Is the one I picked up Kay? You Is that thing what's going on? I think I can get All the answers And folks aren't talking Mother Oh Fucken perfect Back to square one No one knows what effect went on here except this poor Egypt It's not like he's talking Oh I stand corrected You Is that the election boy Why? Why'd they have you in this fishbowl anyway? What kind of fishy are you? Oh, that's nice. And stay in your bowl! Bad fish! Bad fish! Jesus! Anyone there? I need help! Oh my god, why would I so rumgeballert? I was just starting to trust you! D... T-Shadow. Don, I'm here. Check the blood drive. Good station. I love that Krav Magara thing, huh? Come on... I know you... Hello again. What the fuck is happening to me? Kind of freaky, huh? You hit rock bottom. Um... Bounced. Hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I think. We got others in custody. I know. I know. The rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare. Precious. What the fuck is this? What am I? We are. Wow. Ruben calls us Newman. We are the end point. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. The plague? Are you working with Ruben to make us a cure? There is no plague. Ruben. He was a good man once. But now he is blinded by desperation. He's not making a cure. What? He's not making a cure because he can't. No one can. Human. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. A survival mechanism spanning countless eons. And you. We. Are the Omega point. Get out of me head. This isn't. I'm not part of this. You are in deep denial. And you've had my two cents. So go and ask Ruben his. That's right. You'll be right back. I'm a bit of a lie. You'll be right back. But if you're looking. No. 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 Da sind noch ein paar sonderbare Mülleimer, wo du vielleicht noch infiziertes Zeug kriegen kannst. Das war ein cooles Zeug. Das habe ich nur kurz gesehen gehabt, aber das war so geil. Ja, es gibt so richtige Resident Evil Vibes. Das war ein cooles Zeug. Doc? Doc? Komm schon, schau mal! Warte mir! Zwei Trophys gemacht. Oh, gib den Heli! Was das ein fein Heliopter? Er ist weg! Er ist weg und hat mich verlassen! Warte! Das war so. Das war so wichtig. ... Ja. Warte, der hat auf jeden Fall Bock auf Kino, Alter. Weil er davor steht, der hier. Also der hat Bock auf Kino. Der hat safe Bock auf Kino. Aus Base Force. Digga! Ich hasse das, wenn die aus den Spinden da so rauskrümmelt, Alter. Ja, man, erschrecke ich jedes Mal. Dieses scheiß Drecksgeräusch, Alter. Dann landen die vor deiner Fresse. Hallo, Ruben. Wie die ausschaut mit ihren Haaren und das Gesicht. Ich bin jetzt. Es ist alles drin. Ruben, Erste... 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 Was? Erste... Ja, 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 ja. Das ist so schön. Er hat nach einem Labor auf Hollywood Boulevard gebracht. Jimmy! Was? Jeder ist schrecklich. Wir brauchen dich hier. Alright. In einem Moment. Das ist so schön. Das ist so schön. Ja. Jimmy Montana. 9 Seasons auf der Badge. 9 fucking Seasons! Hey! Schau dich an, du blöchst! Jimmy Montana ist in charge, jetzt! Oh, das macht es. Ich kann ein Hinten, wenn es mit einem Sledgehammer ist. Emma Jaunt? Emma. Das ist Danny. Du bist da? Hallo? Dein Doktor hat dich rausgebracht? Ich sollte ihn auf Sam hören. Aber lass ihn nicht erzählen. Es gibt ein Helikopter auf Hollywood Boulevard. Und ich weiß einen Ex-Pilot. Er ist, in der Grunde, dein größer Fan. Also, ich bin sicher, dass du ihn versuchst. Versuchst ihn zu fliegen. Versuchst ihn zu... Hey! Wenn du denkst, dass ich einen verdammt einen verdammt, so dass du hier raus kannst... Was? Nein! Kein Schaden. Er braucht... Er hat einen... Er hat einen... Er hat in den Sewern für 20 Jahre alt. Und... Er ist... Agoraphobisch. Oh, das ist splendid. Wir hätten mehr chance auf einen Magik-Carpet. Sie wissen, dass sie wahrscheinlich Re-Casting Kim Knafro bei jetzt. Re-Beat die Franchise mit einer jüngeren Mama. Er sind sie, die Wanker. Okay, ich will ihn treffen. Aber keine Prozesse. Grand. Er lebt in den Sewer-Outfall. See you soon. Can't wait. Andrea! Andrea! Ah! Pack-Bags-Tabber-Nine. We're going to get a big service. We're going to need one special out. We're going to need one special out. We're going to need one special out. Er unosşiここ Cholasing. Eva! Ah! Ma jetzt. verkennen wir uns. Basisiyote. Untertitelung des ZDF, 2020